Donnerstagmorgen haben wir es. Wir sind auf dem Weg nach Rauenstein. Der ist nicht schon vorne dran, der ist vorne her gefahren. Eigentlich hieß es gestern, dass ich heute Morgen gleich anfangen kann mit dem 69 Laden. Gestern Nachmittag irgendwann kam dann der KMC noch rüber nach Mannheim. Jetzt hieß es, der soll auch heim, weil der Schnellwechsler gerissen ist vorne irgendwie. Jetzt soll er nach Mannheim, der wird dann in Mannheim gemacht. Ja, machen wir das noch. Ich gehe davon aus, ich bin bis 12 Uhr zu Hause, also das sollte dann passen. Ich konnte den Tieflader umbauen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Ich wollte den eigentlich stehend fahren, den Bagger. Stehend heißt einfach nur das Tiefbett breit bauen und den Bagger halt draufstellen auf die Ketten. Die Genehmigung geht nur bis 4,10 Meter. Die war sonst immer bis 4,20 Meter. 4,20 Meter hätte gereicht. 4,10 Meter reicht nicht. Da komme ich dann drüber. Also, ja. Was ich auch nicht verstehe, ich habe 2 Meter Überhang dabei. Überhang heißt, die Ladung steht übers Ende vom Fahrzeug hinaus. Es sind 2 Meter dabei, also ist gar kein Arm dran. Und ich habe ja, keine Ahnung, seltsam. always mindsets bis 5,30 Meter, wenn man dann muss. ! Glockenläuten Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR rechts auf der Seite steht ein Auto So, das haben wir dann schon, 9.30 Uhr vorbei Wieder Ewigkeiten gedauert, das zweite Mal bis 12 Uhr zu Hause wird nichts 12 Uhr zu Hause wird nichts Bleib hier stehen Okay, wir parken, alles gut Ist halt, wenn es um halb elf losgehen soll 9 Stunden davor muss ich quasi stehen Links frei, rechts Schläft einer Und ab durch die Ecke Waren wir auf die B10 in Richtung Landau Fahr nicht zurück Fahr nicht zurück Ach ja Jetzt haben wir es 12 Uhr 13 Ich fahre jetzt nach Hause So, und fang an mit dem Laden Dolly dran Aber jetzt baue ich den Tieflader um Wird er doch wieder 4 oder 5 Wird kein fahren, aber ich kann er nicht fahren Wird kein fahren, aber ich kann er nicht fahren Wird nicht so schnell B90 Ja Das war's. Vielen Dank. Eine Seite, hier liegt der ganze Gebälz, eine Seite, die andere mache ich jetzt noch. Zweite Seite, wie das alles geht, werde ich euch heute Nacht, wenn ich wieder zusammenbaue, zeigen. Jetzt habe ich hier das schnell gemacht, jetzt fahre ich raus, mache noch ein bisschen sauber da oben drauf. Dann lege ich das Tiefbett vor den Bagger und dann laden wir. Jetzt habe ich hier die Ladefläche abgedampft, aber gut. Oh Gott. Okay. 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 Das war's. gut vergessen so Ja, das kommt hier nicht. Riesenpok. So, ich gehe abhängen, dann brauchen wir noch Backelmatratzen, dann brauchen wir noch die Holzklötze, die wir unter den Rahmen legen, selber spielen jedes Mal. Das war jetzt nicht. Ja, das war jetzt. Das war jetzt. Okay, ich freue mich um das, mit euch zu僱ken. Soll ich mir einen runter holen? Hallo am Donnerstagabend. Sorry, ich habe heute Mittag nicht mehr so viel gefilmt wie ich filmen wollte. Der Kollege hat sich mit dem Stapler dran gestellt, das war alles wieder net so wie es sein soll. So, ich muss hier in die Kamera die Speicherkarte tauschen, das muss ich noch machen. Da müssen wir warten noch, die Polizei kommt erst gegen 22.30 Uhr. So, da ist er. Da ist er. Ich werde gleich nochmal raus gehen, laufe nochmal ums Fahrzeug. Ja, dann fahren wir die Mühle, fahren wir heute raus nach Orms. Ich gehe mal raus. So. 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 dass die Ketten nicht so durchhängen, diese Eisen werden hier rein und wenn das Fahrwerk zurückläuft, dann wird die Kette gespannt. Wenn man das nicht macht, dann schleift die auf den Boden. Ja, ich brauche dringend neue Lampe, die sind alle im Arsch. Schauen wir mal, den Spiegel brauche ich auch mit rein, Klappen, das Fahrwerk ist breiter wieder mit dem Spiegel. Die sind doch vorhin auch gegangen, die gehen noch ganz leicht, lackert alles. Ich brauche dringend neue. Was ist denn da los? Jetzt geht's. Da ist schon wieder passiert. Wackelt er drin. Scheint so. Ja. Ja. Also, Ich hab noch nicht genug Luftdruck, aber nicht wahr, wie es richtig ist. Nicht wahr, wie es richtig ist. Polizei ist da. Ich hab noch nicht genug Luftdruck, aber ich hab noch nicht genug Luftdruck. So, So, läuft. Wenn wir gleich auf der Autobahn sind, muss ich noch zwei weitere Polizeistationen anrufen, einmal Worms, dass die wissen, dass wir kommen, dass wir gegen 23.30 Uhr, zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr und einmal die Autobahnpolizei in den Hochheim, die für den Abschnitt zuständig ist, dass die wissen, dass wir unterwegs sind. So, bei der Achsel stimmt alles, habe ich ja nichts verändert, sogar das Puzzle. So, jetzt geht's. Die Fahrt lebt es noch. Ajo. Ich bin der Fahrt in Richtung Mandelstoff an der Autobahn, ja? Jetzt werde ich die Helmkamera aufziehen. Die Helmkamera hätte ich jetzt aufziehen. Ajo. 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 irgendwie läuft der jetzt so weit nach links ich sehe recht, es schegnet oder habe ich es abgefetzt? oder habe ich es abgefetzt? kann ja auch sein ich sehe nicht ich sehein abzuholen du kannst du kannst du kannst es dir du kannst du kannst du kannst dich So, Nö, scheinbar ziehe ich das nicht hin. War ich nicht weit genug rausgemacht? Keine Ahnung. Schmitty, Achtung, Pkw. Ja. So, letzte Kreisel, dann sind wir schon auf der Autobahn. Die Heizung auf 20 Grad, die Heizung hochgelebt auf 20 Grad. Jetzt muss ich die Telefonnummern raussuchen. Jetzt wird es mal langsam. Jetzt geht es mal nicht hin. Aber jetzt wird es nicht sinnvoll. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich habe vorhin im Zeitraffer aufgenommen. Wir sind schon auf der A61, ab und zu wird es einen Funkkontakt geben, jetzt gleich, wir fahren demnächst von der Autobahn. Ich habe mal die Helmkamera auf. Schauen wir mal, fahren jetzt hier raus. Ja, ich sehe ihn. Wir fahren Mondsheim ab. Okay. Wir fahren da raus, fahren Richtung Worms, also gleich die erste rechts. Okay. Dann ist es oben, ist es zweospurig, da können wir mal kurz, falls noch niemand da ist, warten wir einfach kurz. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt hier herkommen oder ob die Pfannen an das Schild warten. Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Wenn es überhaupt schnell so ist oder nicht? Ja, genau. Okay. 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 Dann machen wir die Pfanne, wo du stehst, machen wir jetzt gerade mal langsam und warten da einfach. Okay, let's go. So, mal doch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Zurück Ich hab deine Lichter aufgegeben Ich bin das bestes wenn du vorfährst Ich bin dann immer mal hinterher gefahren Genau, du jetzt vorher bis vorher in den nächsten Kreisel Lassen wir vorher stehe ich mit der Kette auf Oh ja, sorry Machen wir jetzt Machen wir es lange Dann stehe ich immer noch auf Es gibt Karte Nimm dich jetzt vorher fahren oder was? Oh ja, ich fahre mal alles gut wir warten noch auf die die kollegin schon ein bisschen seltsam alles gut vorne am nächsten kreisel rechts raus und dann und dann sind wir schon in der zielstraße jetzt weiß ich ja was der von mir wollte er hat mich nämlich gefroht und ich hab halt gesagt ja das wäre ich ja so gefahren haben wir wieder glaschen aber ich hab zu ihm gesagt da muss er mit dem fahrer vom lachspaar sprechen und er hat mir jo 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 gesagt kommen wir doch eigentlich rum wenn wir doch rechts fahren schmitte wenn wir gleich sehen wenn wir durchziehen sage ich das so das macht schon ein bisschen schade das muss was kosten die aktion schade habe ich schon das war ja wo du steh Ja, ich, ja, das ist er. Warte schon Zeit, heute Abend um 18 Uhr auf uns. Nicht so schlimm. Nicht viel zu dürfen. Ich fahre mal vor, ich fahre mal durch. Die Kreuzung ist frei, das ist sehr gut. Kann sein, dass wir gleich die Schilder ein bisschen wegheben müssen, die Begleitfahrzeugbeifahrer. Fahrt, schick dir den Trail. Schummi, siehst du rechts, ja, ne? Ja, das ist gut. Langt. Jetzt fahre ich über die Batsch der Hutzel. Ah, geht aber, ne? Es langt, oder? Alles gut, weiter. Stopp. Was? Schild? Schild wegmachen. Okay. Okay. Hi, da. Alle. Ja, gut geklappt. Ajo. 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 Du, du warst ja Schlauch, ne? Wie sieht sie links aus hinten, wo das Katzplakat ist? Kann ich da raus mit dem Arsch? Überall. Schieben wir nichts. Fahrt lang. Das ist gut. So, jetzt liegen da noch die ganzen Leitungen, ne? Irgendwo, irgendwo bin ich weit Radfahr. M. Katz da. Warum stellen wir da doch irgendwo in die Beyer hin? Ja, man soll ne, man soll ne, man soll ne nun erstellen. Nun erstellen? Ja, immer quasi ums, ums Gebäude rum. Der Buckel nun nach hinten. Ja, aber wann ich fällt sie über den, über den Schlauch fahr, ist der Schlauch Geschichte. Ja, dann machen wir ihn weg. Ich weiß nicht, ob da noch Wasser drauf ist. Ajo. Ajo. So, ich hab mal kurz die Kamera getauscht. Ajo. So, ich hab mal kurz die Kamera getauscht. Sagen wir mal drüber fahren, ja? Ajo. 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 Wie ist es? Wie ist es? Soll ich da hinten lenken? Kann ich machen? Kann ich machen? Kann ich machen? Kann ich machen? Das ist mein Fernlist! Lustig, oder? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir bleiben mal stehen, wir laden mal ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, 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 Das war's. So, eine Seite habe ich wieder draufgelegt, jetzt mache ich noch. So, Schrauben hier rein, hier. Dann das Ganze nochmal auf der anderen Seite. So, tut mir leid, ich habe schon wieder viel weniger gefilmt, als ich eigentlich wollte. Ich habe einfach nicht die Muse gehabt heute Morgen. Irgendwann hole ich das alles nach. Das macht er in seinem Jugendlichen leicht Sinn. Ich habe schon wieder alles fertig. Die Tieflade ist wieder Ursprungszustand quasi. So, die steht hier wieder im Eck. Jetzt ist es halb sieben vorbei. 20 vor sieben gleich. Ich mache jetzt Feierabend. Gehe auf ins Wochenende. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe heute überhaupt gar keine Linie drin. Schon wieder nochmal Gruß an den Sascha. Der war beim 960 abladen, war der auch dabei. Hat ein paar schöne Bilder oder Videos gemacht. Tromm ich, wird er irgendwann zeigen. Jo. Dann. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ich verabscheue mich. Ciao. Bleibt gesund. Habt Spaß. Auf drei. Bis denn. Tschö. Kanal 9 aus. Fahrer gerade 10 Uhr an. Raus.